Ein Eis nach einem langen Tag. Im kleinen schwäbischen Ort Mooshausen sind 24 Jugendliche zusammengekommen. Bei der Night Fever Akademie wollen sie über das sprechen, das sie alle bewegt, ihren Glauben. Ein Tag mit Vorträgen und Diskussionen liegt hinter ihnen. Justin ist 29, kommt aus Köln und studiert Theologie. In diesem Jahr ist er zum ersten Mal dabei. Ihm gefällt, dass man hier seinen Glauben, der man in der Praxis lebt, die Spiritualität, nochmal theologisch vertieft. Und dass sich Theologie von der Spiritualität neu anschauen lässt und umgekehrt. Die jungen Leute sind aus ganz Deutschland zur Night Fever Akademie gekommen. Aber lange allein ist hier niemand. In den Pausen zwischen den Vorträgen und Diskussionen lernen sie sich schnell kennen. Eine Gemeinschaft entsteht und neue Freundschaften werden geschlossen. Das Programm ist abwechslungsreich. An einem Nachmittag steht eine gemeinsame Wallfahrt zum Kloster in Ottobeuren auf dem Plan. Doch zuerst geht es mit dem Bus zur Schickling Stiftung. Erich Schickling war ein bekannter Künstler, der viele Glasfenster und Wandmalereien im kirchlichen Raum geschaffen hat. Nach dem Kulturprogramm begann die Wallfahrt durch die malerische Landschaft des Unterallgäus zur spätbarocken Basilika St. Alexander und St. Theodor. 1926 wurde die eindrucksvolle Klosterkirche der Benediktinerabtei zur päpstlichen Basilika erhoben. Innen zieren viele Deckenfresken den Kirchenraum. Gerade auch ruhige Momente wie beim Gebet sprachen die Teilnehmer besonders an. Die Night Fever Akademie für mich ein Ort ist, an dem ich meinen Glauben vertiefen kann, mehr Glaubenslehren erfahren kann und gleichzeitig auch die Gemeinschaft mit Menschen, die genauso sind wie ich, einfach in Christus lebend erfahren darf. Christus steht bei den vier Tagen der Night Fever Akademie im Mittelpunkt. Die gemeinsamen Messen und das Gebet stärken den eigenen Glauben, aber auch den Zusammenhalt der Gruppe. Die Night Fever Akademie in Mooshausen geht zu Ende. Aber alle sind sich sicher, wir kommen wieder.